Hallo, willkommen bei Teil 7 des TYPO3-Einsteigerkurses. In diesem Video zeige ich euch noch kurz den Bereich Image Processing im Install Tool. Hier kann ich überprüfen, ob die Grafikverarbeitung korrekt durchgeführt wird. Gehen wir da mal rein. Und jetzt kommt hier ein bisschen Text, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Interessant ist weiter unten hier nochmal die momentane Konfiguration. Hier sehe ich also, was eingestellt ist, dass jetzt zum Beispiel Graphics Magic verwendet wird, dass die GD-Library aktiviert ist und so weiter. Und hier unten gibt es verschiedene Tests. Die gehen wir jetzt einfach mal durch. Der erste Test beschäftigt sich damit, was für Bildformate gelesen werden können. Das sind normalerweise so die Standardformate, GIF, JPEG, PNG, aber unter Umständen auch PDF-Dateien, Adobe Illustrator-Dateien. Und ihr seht hier einfach, dass hier diese Tests zum Beispiel okay sind. Ich sehe hier immer ein Referenzbild und hier das, was mein Server liefert. Das passt also soweit. Hier unten sehe ich auch noch, mit welchem Kommando das Ganze gemacht wird. Also hier wird Graphics Magic über die Shell angesprochen. Passt. GIF-Format passt auch. PNG auch. TIFF geht. BMP geht. PCX geht. TGA geht. PDF können gelesen werden. Auch nicht schlecht. Und sogar Adobe Illustrator-Dateien. Kann sein, dass das bei eurem Web-Server nicht funktioniert. Dann müsst ihr unter Umständen, wenn ihr keinen Root-Server habt, mal mit eurem Hoster Kontakt aufnehmen. Warum das nicht funktioniert und falls ihr einen eigenen Server habt, müsst ihr einfach mal schauen, wenn es um PDFs geht, ob die GhostScript-Library oder das GhostScript-Programm installiert ist. Aber in meinem Fall hier funktioniert das alles. Das kann ich also so lassen. Gehen wir zu Test 2. Da geht es um das Schreiben von GIF und PNG-Dateien. Also können die auch geschrieben werden, neu erstellt werden. In dem Fall ja. Referenzbild und das, was mein Server erzeugt hat, weicht hier ein bisschen ab. Das Referenzbild hat jetzt 14,4 Kilobyte erzeugt worden. Hier 21 Kilobyte ist ein bisschen größer, aber naja, egal. Kann man ignorieren. Bei PNG genauso funktioniert. Der nächste Test ist die Skalierung von Bildern. Hier einmal an einem GIF-Bild funktioniert. PNG funktioniert. Die Konvertierung von GIF nach JPEG funktioniert auch. Passt also soweit auch. Dann die Kombination von Bildern. Also Bilder können durch TYPO3 auch miteinander kombiniert werden. Man kann sogar mit Masken arbeiten, wenn man das will. Und hier kann man jetzt schauen, ob das funktioniert. Sieht gut aus. Das Referenzbild, dieser grüne Bereich unten, das soll eine Maske sein. Beziehungsweise durch eine Maske wird das erzeugt und das Bild oben passt. Und hier werden zwei Bilder miteinander kombiniert. Sieht auch gut aus. Der letzte Test testet dann die GTE Library. Schauen wir uns mal an, ob da alles in Ordnung ist. Da wird ein einfaches Bild erzeugt. Sieht gut aus. Dann wird hier ein Bild aus einer Datei erzeugt. Text wird reingerendert. Das sieht soweit auch gut aus. So eine Nice Text Option. Hier, was man hier sieht, das sorgt dafür, dass der Text ein wenig weicher dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier im Video seht. Aber bei eurer Installation seht ihr das, dass die obere Zeile ein wenig schärfer ist. Und die untere ein wenig weicher gezeichnet ist. So eine Art Anti-Alias-Effekt ist es. Dann mit einem Schlagschatten wird das versehen. Funktioniert also auch. Also die Grafikbearbeitung scheint jetzt hier völlig korrekt zu funktionieren. Falls ihr allerdings ImageMagic verwendet in Version 6 oder 5, kann es hier ein paar Problemchen geben. Dann müsst ihr mal schauen, ob man da im Install-Tool im Bereich All-Configuration noch ein paar Anpassungen vornehmen muss. Schaut euch dazu am besten die alten Videos von mir an aus dem Type 3 Kurs von 2010, weil da hatte ich auch noch mit ImageMagic gearbeitet. Wenn man allerdings GraphicsMagic verwendet, hat man hier keine Probleme normalerweise. Dann passt das alles. Gut, damit wären wir schon durch eigentlich. Type 3 wäre jetzt mal grundlegend konfiguriert. Man kann das jetzt mal so verwenden. Es ist noch nicht optimal konfiguriert, muss ich sagen. Gerade wenn es um den Bereich Performance geht, Geschwindigkeit. Da kann man noch ein bisschen was rausholen. Dazu komme ich aber später nochmal in einem extra Video. Aber wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir mal starten können. Und im nächsten Video loggen wir uns dann das erste Mal im Backend von Type 3 ein. Soweit wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Bis dann, man hört sich. Ciao.